so meine freunde und damit wieder mal willkommen zu let us play germany und zwar spielen wir auf dem seger genesis bzw den mega drive adventures of batman and robin bzw sieb adventures of batman and robin hier kurz das intro dazu die ja die adventures of batman and robin habe ich nicht versprochen tm natürlich nicht zu vergessen habe ich nicht erwähnt tut mir leid start mit der robin batman mit der robin batman mit der robin ich glaube ich nehme robin batman ist so awesome yes badmobile level one happy birthday to me so kommt er geht weg da 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 das haben die gar keine chance bam bam boah das geht schon ab das geht schon ab etwas von kontra obwohl das nicht so ganz kontra mädlich ist dass man fast die ganze nur drauf schießt Go! Ich glaub, das ist sogar wirklich 3D oder sieht das nur so aus? Die Perspektive sieht so komisch aus, ne? Ich glaub, das soll sogar wirklich 3D sein. Na? Na toll, weg. Mann, der ist ja schnervig. Mit seinem Flammenwerfer oder was das sein soll. Ah! Ah! Weg, weg. Wow. Ich geh jetzt ja voll ab. Oh nein, Feuer. Und das ist ein Boss. Und der ist besiegt. Und, ne, das ist gar kein Boss, der normale Gegner. Weg. Ah! Nein, ich wurde einmal schon besiegt. Verdammt. Weg. Da! Da, 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 da. Bam, bam, bam. Mann, diese... Die sind aus Team Fortress, die Pyros. Da. Da. Dann nochmal, die weg. Ah, geht doch, Herz. Herz, weg. Dann treffe ich immer. Geh weg. Geh weg. Ja. Dann treffe ich echt immer. Oh Mann, also, die ist echt alles voll gespickt mit Action. Ich weiß noch nicht mehr, ob man... Ja, man muss alle siegen. Ja, ich bin gleich tot. Weg, weg, weg. Oh, war ja. Das hört nicht viel aus. Weg, weg. Ah, geht doch. Ah! Pyro. Oh, die schon wieder. Ah! Geh weg, geh weg. Komm, go. Kommt, der. Ja. Einfach weiter. Das ist ganz unendlich viel schießen. Das ist gut. Ich habe nicht mehr viel leben. Ich bin gleich am Arsch. Ein Boss. What? Ja. What? 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 Und sogar noch ein Timelimit. Ach so. Oder ist das... Ist das ein Timelimit? Oder ist das sein... Energie? What? Ich glaube nicht, dass es seine Energie ist. Na? Nein, ich bin besiegt. Game over. Nein! Ja, das war's, Leute. Mit... sind Winchester und Batman und Robin auf dem Sieger im Mega Drive zu uns als Digger Genesis. Das war Let Us Play Germany. Schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao.